Ich bin 16 und bin seit dem Wintersemester Jungstudent an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. In den harten Phasen war es durchaus normal, zwei Stunden am Tag zu üben. Als erster Fagottist muss man die anderen Musiker dann auch mitnehmen. Manchmal glaube ich, Musik ist gar kein Talent, sondern einfach eine Leidenschaft, die Spaß macht. Im Orchester ist jeder für seine Stimme verantwortlich. Wie man als Konzertmeister das Orchester so ein bisschen führt, das lerne ich gerade noch. Junge Leute, die in der Lage sind, so diszipliniert und professionell arbeiten zu können, dass das ist fantastisch. Und dazu muss man einfach Leistung bringen. Wer es bis hierhin geschafft hat, der wird es auch weiter schaffen. Die werden das entweder musikalisch weiterschaffen als Profimusiker oder die werden das in ihrem Leben weiterschaffen. die Sommertournee führt nach Spanien an fünf verschiedene Orte. Höhepunkt wird sein der Auftritt im Auditorio von Valencia bei Sertamen, einem international bedeutenden Festival für symphonische Blasmusik. Höhepunkt Höhepunkt Höhepunkt